O Herr Efrat, sei mit mir, erhöre mein Flehen, gib guten Wind und ruhige See, denn unsere Fahrt geht über Selemgrund und an dem Ort vorbei, wo so viele Götter angerufen werden und die doch ohne jeden Glauben ist. Gebet eines thulamidischen Seemanns gehört dem Efrat-Tempel von Port Korath. Und so beginnen wir in Selem, einen Tag nach dem Ritual von Abelmir. Ihr habt euch wieder zurück auf euer Schiff gezogen, den Satinaf-Tempel verlassen und nun ein neues Ziel vor euch. Miamat. Die Efrat-Gewalte hat mit ihren merkwürdigen Schriften euch dorthin gelotst, ihr selbst habt sie auf dem Schiff unter Beobachtung und könnt nun tatsächlich aufbrechen, wenn ihr denn mögt. Und so beginnen wir in eurer Kapitänskajüte. Ja, Zulamin schließt gerade noch einen Brief an die Schule des seienden Scheins ab. Ob es denn denkbar wäre, dass man uns eine Abordnung schicken würde im Kampf gegen die blutige See etc. etc. Naja, hat diese grässliche Stadt dann endlich ihr Ende mit uns gefunden und wir können ablegen? Ja. Ich bin dir verzeiht, Kapitän. Ja, ich habe einen Blick in den Einwand geworfen. Ich zumindest bin ich in der Lage, dies in einer angemessener Zeit zu lesen. Das scheint ein sehr, sagen wir, poetisch erlecktes Urte oder Media zu sein. Aber vielleicht, dann haben wir mir ja einen oder zwei Tricks in der Tasche. Nun, ich bin recht geschult in dieser Sprache. Wer weiß, vielleicht kann ich in dem Tag etwas herausfinden, den wir bis mir matt brauchen. Naja, wir sollten vielleicht gemeinsam einmal einen Blick hineinwerfen, während wir unterwegs sind. Das ist ja nichts, was jetzt sofort passieren muss, oder? Nein, aber man kann die Zeit gut nutzen. Aber wie lange werden wir denn brauchen? Einen Tag, hat er dir doch gesagt. Aber ich habe nicht zugehört. Naja, wenn ihr dann alle nichts dagegen habt, würde ich die Befehle zum Ablegen geben. Nicht, dass mir der Sumpfgeruch wüchterlich auf die Nerven geht, aber wir sollten die endlich ablegen. Ja, ich werde diesen Brief noch aufgeben und dann können wir los. Ja, und das würde sie dann auch tun. Denn wir wollen los. Okay, Brief schreibst du an wen? Schule des Seinens in Zorgan. Wegen den Illusionisten, ne? Genau, und ich würde das über, also es gibt ja so einen kleinen Aranien, kleinen Zorgan oder so in Selem. Und ich würde das versuchen, über die zu schicken. So quasi als Visiere Araniens. Das werden dann höchstwahrscheinlich die blauen Pfeile sein, die dann eine kleine Abordnung haben. Und dann, ja, ob die dann durch die Wüste reiten, vielleicht. Ja, aber der Brief wird dann mit einiger Zeit auch ankommen. Gut, dann werden wir uns da mal im Yamat anschauen. Ja, Ravim kann nach oben, die Treppe nach oben gehen und dort triffst du dann auf Kaprock, der selbstverständlich auch schon weiß, wohin es geht. Der Kurs ist berechnet, Mann. Wir können lossegeln, Mann. Ja, wie lange werden wir denn brauchen, Mann? Einen Tag, Mann. Na ja, ich hätte ja nicht gedacht, dass Abel mir recht hat, aber gut. Ja, dann legen wir ab und lassen diesen verdammten Sumpf endlich hinter uns. Oui, Monsieur. Ich kann selbstverständlich lossegeln. Wir brauchen allerdings einen Flößer. Es ist gerade in diesem Nebel unglaublich schwierig mit einem Schiff von dieser Größe. Wir brauchen tatsächlich einen Flößer. Na ja, und ich nehme an, ihr wollt jetzt, dass ich einen Flößer besorge, richtig? No, Monsieur. Das kann sicherlich auch jemand anderes machen. Ich wollte euch noch darauf hinweisen, dass wir einen solchen brauchen. Na ja, dann habe ich einen guten Vorschlag für euch. Ich übernehme das Steuerrat und ihr besorgt den Flößer. Monsieur? Ich nicht verstehe. Du suchst den Flößer. Was verstehst du nicht? Ich hatte gedacht, dass ich mich verhört habe. Mein Gerät hier ist nicht gut und mein Thylamide auch nicht. Nicht schlimm, nicht schlimm. Geh den Flößer suchen. Oh oui, Monsieur. Wenn sein Gerät hier scheiße ist. Unsere Thylamide hier scheiße ist. Was spricht der Mann in dem Alltag? Oh, Hadi. Hadi ist ein Dialekt. Okay, fein. Kommt runter, kommt runter. Ihr habt keine eigene Sprache. Ja, kannst dann auch sehen, wie er dann langsam nochmal sein Steuerrat streichelt und dann vom Deck huscht, während du dann die Befehle übers Deck brüllen kannst. Und er wird dann nach ungefähr zehn Minuten mit einer humpelnden Kreatur wiederkommen, der so ein bisschen auf die Schulter klopft, ein paar Talerchen in die Hand reinstreicht und dann wieder über die Reling dann nach oben kommt. Und alles wird eingezogen, Segel sind gesetzt und ihr könnt dann gemeinsam mit dem Flößer, der euch dann vorausfährt, den Hafen verlassen. Dann gib mir doch mal eine Seefahrtsprobe. Wenn du dich dann nach vorne stellst, Steuermann ist selbstverständlich. Ui, ja, 14 Punkte. Dann soll das auch mit sämtlichen Erschwernissen kein Problem für dich sein. Und Zilem schaut dich so ein bisschen misstrauisch an. Naja, ihr wisst es nicht, aber mir ist ein echter Kapitän verloren gegangen. Der Hut steht mir aber überhaupt nicht. Äh, oui, Monsieur. Ich bin sehr stolz auf euch. Ihr macht das ja ganz nachvollziehend. Sagt man so? Ja, ja, mein Kopf ist zu gerösten, müsst ihr wissen. Das sieht nicht aus. Ich hab's probiert. Ganz fürchterlich. Boltax hat sehr geschimpft mit mir. Äh, oui, Monsieur. Nach einer Stunde könnt ihr das Sinto-Delta verlassen. Und da reicht dann die offene See, die euch dort erwartet. Irgendwo auf deiner linken Seite am Ende des Zipfels müsste sich dann Port Zornbrecht aufhalten. Und gemeinsam mit den Karten von Kapok, die du dann selbst natürlich auch lesen kannst, segelst du dann einen direkten offenen Kurs aufs Meer, direkt nach Südwesten und dort, wo Miamat liegen soll. Ja, mein Ziel ist jetzt auch erreicht. Ich wollte dem Mann nur zeigen, dass ich das auch kann. Und jetzt will ich auch gehen, weil vermutlich ist das jetzt ziemlich lang. Ja, okay. Weil das artet jetzt in der Arbeit raus. Ja, okay. Ja, du lässt einfach das Steuerrad los, gehst einfach davon und siehst dann, wie der Steuermann dir so ein bisschen irritiert hinterherguckt. Das würde er natürlich niemals machen, ohne eine richtige formelle Übergabe. Und dann irgendwie, nachdem du dann die Treppen quietschen nach unten gestiegen bist, kannst du dann ihn hinterher hechten hören, wie er sich dann wieder an sein Steuerrad, ne, ankettet wird er sich nicht, aber dann wieder beide Hände umschließen und mit irgendeinem horatischen Fluch, nicht dir gegenüber, sondern wohl dieser Situation gegenüber, kannst du ihn dann dort oben alleine lassen mit Kapok und seinem Adler. Ich hatte derweil mal Kapok instruiert, und zwar, Kapok, wir hatten doch darüber spekuliert, wo dieses Vajat liegen könnte. Könntest du mir Bescheid sagen, wenn wir in etwa in der Gegend sind? Ja, Mann, Kapitän Mann, Frau Mann. Ich rechne nicht damit, dass es viel zu sehen gibt, aber, naja. Ich werde euch nach ungefähr einem halben Tag rufen, Mann. Danke. Kapitän Mann. Ja, und dann würde ich mich mal mit Abelmir zusammensetzen und allen, die sonst noch wollen, und dieses Buch anschauen. So, ich denke, jetzt sollten wir ein wenig Zeit haben, Abelmir. Dann wollen wir mal sehen, was dort drin steht. Ich würde dann ganz ruhig die erste Seite aufschlagen. Nun, wer sieht denn? Ja, es ist wirklich so übel, wie Serpentilio sagt. Also, es ist ein uraltes Dokument, wo ihr auch wirklich vorsichtig sein müsst, dass es dann nicht in euren Händen zerbröckelt. Das Erbe der Rassen ist ein Einzelstück und wurde vor ungefähr 2500 Jahren verfasst. Es gibt nun dieses eine Exemplar und, ja, wenn ihr dann nach und nach euch an die Übersetzung macht mit einem Wert von Urtula Media 21 beziehungsweise 16 Sprache, Schrift, dann werdet ihr euch durch diese krakelige Handschrift hindurch versuchen zu fräsen. Hat denn niemand Urtula Media 21? Nö, nur 13. Reicht das? Ich habe Urtula Media 2. Wow. Die Schrift muss 16 sein. Ich habe 11, weil ich es nicht höher steigern wollte als meine Muttersprache. Ja, warum? Ich habe 13, wie gesagt, aber wahrscheinlich immer noch nicht. Ich meine, Klinografos wäre ja von Hilfe. Ja, ich bin, wo es in der astralen Batterie ist auf der Kläger schöpft. Ja, weil dann warte halt den Tag. Ja, das ist aber da. Ja, dann ist das so. Also versuchen, das Vorwort zu entziffern. Die fragt die Nidja. Nidja, könnt ihr es vielleicht lesen. Ja, dann machen wir das dann. Das ist ja sinnig, warte. Sie kann vermutlich Schrift um fernherlande. Uh, das wäre super. Dann könnte ich es auch lesen. Ja. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr das selbstverständlich dann auch zu ihr bringen. Vielleicht sollten wir Nidja zu uns bitten, um uns bei unseren Übersetzungen zu helfen. Ja, ich denke, wir beide könnten das übersetzen, aber es würde es uns unglaublich viel Zeit kosten. Ja. Wir könnten das sicherlich übersetzen. Nun, dann will ich sie einmal holen. Ich würde aufstehen und die Kabine verlassen und rechts abbiegen zu Nidja. Oh, schön, dass ihr mich wieder mal einmal besucht, Afer mir. Mir bräuchte eure Hilfe bei einer Übersetzung eines alten Buches. Oh, sehr gerne. Sehr gerne. Sie klappt gerade wohl einige Landkarten zu, die sicherlich auch schon 30 Jahre alt sind und erhebt sich dann, kommt dann mit zu euch. Oh, ein altes Buch. Und welche Schriften mögen da drinstehen? Na, was ist das? Urtulermidia. Ja, ja, ja. Ich würde immer meine Handschuhe erreichen, mit denen ich das Buch vorsichtig geöffnet habe. Ihr solltet vielleicht diese tragen. Ich habe eigene dabei. Ich habe mir immer, immer dabei. Sie klopft sich so besser in ihren Bund und holt dann nach einigem Kram aus ihrer Gürteltasche ein paar Handschuhe hervor, die aus einer Bibliothek stammen könnten. An Bord eines Schiffes gehören sie zumindest nicht. Es ist eine recht eigenwillige Handschrift. Ich habe fast den Eindruck, der Schreiber hatte nicht im Blick, dass es noch jemand außer ihm selbst lesen können sollte. Ja, ja, ja. Wollt ihr mitlesen? Mitübersetzen? Oder soll ich es für euch einfach transkribieren? Wie hättet ihr es gerne? Es macht natürlich am meisten Spaß, wenn man es gemeinsam macht. Na, ich bin stets daran interessiert, meinen Urtulermidia zu verbessern. Meines ist, glaube ich, nicht so gut, als dass ich das Buch lesen könnte. Ich wäre euch vermutlich keine Hilfe, auch wenn ich natürlich gern helfen würde. Vielleicht solltet ihr Protokollfehler und die Übersetzung aufschreiben. Das ist hervorragend. Ich denke wohl kaum, dass wir die notwendigen Wochen, die ein solches Trafangen dauert, Zeit haben werden. Aber ein kurzer Anblick kann ich schaden. Ach, ja. Große Göttern, Schlangen gleich, zu dir nach Alvaran rufe ich. Hesinde, große Herren alles Wissens, höre mich. Hesinde, Allwandlerin, die du stets neu erschaffst, höre mich. Hesinde, große Weberin, Herren aller Zauberei, höre mich. Hesinde, weise Geberin der Schrift, höre mich. Hesinde, große Göttin, gewähre mir Einblick in deinen Hain. Ich bitte dich, teile dein Wissen mit uns und hilf ihnen zu verstehen. Ach, ihnen macht das schon. Viel Erfolg. Wir könnten noch etwas singen, während wir lesen. Ja, im Frühtau die Zwerge, sie ziehen Verlager. Das meinte ich jetzt nicht, aber nun, aber verblüffend. Ich kann das lesen, was da steht. Ja, so wie Nandos seine Gaben gibt, so gibt auch Hesinde, selbstverständlich. Oh, das ist äußerst praktisch. Ja, dann danken wir ihr, dass ihr ihr Wissen mit uns teilt. In der Tat. Schrifttum ferner Lande. Diese Rätsel sollen nicht verschlossen bleiben und ihr Wesen soll enthüllt werden. Also gut. Die Echsen, deren Erbe wir errungen haben, traten ebenfalls in die Folge einer anderen Rasse, von denen sie Götter, Sprache und Zauberei übernahmen. Wie das Mogulat, dem Reich von Cetach, folgte, folgte Cetach, dem Reich von Vayat. So könnt ihr das chronologisch einordnen? Bei beutags wann? Das müsstest ihr wissen, wann war Cetach? Das war die Herrschaft des Drax. Korrekt. Sehr gut. 100 Punkte für euch, Botax. Wollt ihr ausführen? Ja, in der Tat. Cetach war eins der großen Echsenreiche. Nun, sie haben versucht, uns Zwerge mitzuspielen. Richtig. Aber dann kam der erste Giode und hat es mit den Zwergen geschafft, es mit den Drachen aufzunehmen. Allerdings, nun, dann gab es einen Zwischenfall, über den wir Zwerge nicht so gerne sprechen. Ein Diebstahl aus dem Hort des Drachen. Das müssen wir nicht weiter ausführen. Aber das reicht mir schon sehr gut. Also, vor dem Reich Cetach folgte das Reich von Vajat. Man nehme die bekannten Götter Karibaren und Belcorton. Rafim, seid ihr wieder da? Was? Ihr wart eben oben. Ihr habt uns aus dem Hafen herausgesegelt. Wer war Belcorton? Ich bin ganz ehrlich, ich bin kurz eingenickt. Poltags hat wieder von Zwergen gesprochen und ich hab's... Was? Also, Bel ist einfach nur eine Vorsilbe und heißt Herr. Und Corton? Wer könnte das sein? Naja, das klingt jetzt ja nach dem guten Herrn Chor. Also, das mit den Namen damals, das... Richtig, richtig. ...mag ja seinen sehr kurzen Namen, das können wir uns ja auch besser merken. Man nehme die bekannten Götter Karibaren und Belcorton. Was sind sie anderes als die Echsischen Karibütz und Kretonch? Kretonch von den Echsen ist also Kor. Was anderes als die geheimnisvollen Karibt und Krücken. Krücken? Was sagt euch das? Der Kraken steht auch für Kor. Zumindest nach diesem Text hier. Die, die versunkenen Stählen von Talusa preisen. Äh, Bal-Not offenbarte mir, dass die Vergangenheit nicht ruht, sondern nur lauert. Die Zeiten umzukehren. Einzig, wenn wir die Zeit konservieren, können wir uns wappnen. Ansonsten werden wir wohl wirklich ins Meer zurückkehren, wie Sham-Sherib nicht müde wird, zu behaupten. Wer war dieser Bal-Not? Kennt ihr diesen Namen? Jaja, Bal-Not war eine Stadtgottheit des antiken Grachstuhl. Ah, so wie unter Fasa. Und Sham-Sherib haben wir nicht schon ein Schriftstück unter all dem, was wir in Bezug auf die Reiche unter dem Meer zusammengetragen haben, das von ihm stammt? Sham-Sherib, ähm, manche Quellen, nun, er wird einem als Magier-Mogul vom Gadang gerechnet. Wo ist der Gadang? Wolltanz? Genau, genau, korrekt, korrekt, korrekt. Das heißt, ähm, all diese Texte, die über Vayat philosophieren, zumindest dieser Autor war mit Vayat vertraut, wenn ich das richtig, äh, nun, einordne. Und er muss vor oder während des Reiches von Citar geherrscht haben, beziehungsweise gelebt haben. Nun, und, ähm, er bezieht sich hier auf, äh, Rastul, auf Talusa und auf die Magier-Mogule vom Gadang, also auf Fasar. Denn wo sonst gab es Magier-Mogule, wenn nicht, äh, dort? Hm, ist es vielleicht so ein Koptar? Äh, 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 entweder ein Koptar oder ein Mudramul, je nachdem, in welcher Zeit gelebt wird. Aber die meisten Mudramul, ähm, stammen aus der Richtung Elim und die Koptar-Nim waren wohl eher Richtung Kutjum anzutreffen, wo sie dann sich auch nach Fasar ausgebreitet haben. Nun, die Magier-Mogule haben viel von der Magie der Echsen übernommen. Korrekt. Das würde in Zusammenhang mit Citar-Sinn ergeben. Korrekt, korrekt, korrekt. Und er sprach ja davon, ähm, die Zeit zu konservieren. Vielleicht mit, mit diesen Scepter, die sie benutzen. Nicht verwandt und nicht verschwägert. Wir haben eins, dieses, eins, dieser Scepter noch. Genau. Wir können es bloß nicht benutzen. Es könnte euch benutzen. Aber das ist sehr gefährlich. Und diese andere Gottheit, die hier als Beispiel neben Kor aufgeführt wird, wird wohl die Sultana der Seeschlangen sein. Möchte man meinen, nicht wahr? Karuban oder Karubitz oder Karubt? Sollte doch relativ klar sein. Ich hätte das jetzt nicht weiter ausgeführt, aber ja, selbstverständlich könnte man auch daraus einen Test machen. Seht ihr, deswegen macht es viel mehr Spaß, wenn man gemeinsam übersetzt. Man kann sich gegenseitig Testfragen stellen. Das kommt alles in der Prüfung dran. Ich habe jetzt gar nichts mitgeschrieben, habe ich mir erst mitgeschrieben. Ja, ich habe gerade einen Gedanken darauf, dass Karubitz eine Göttin ist. Und früher in den dunklen Zeiten haben viele sie auch als Entität oder als Göttin gehandhabt und nun der Glaube an sie war allerdings verboten. Auch wenn sie als Göttin gehandhabt wurde, aber sie war er war verboten, der Glaube. Heutzutage gilt sie viel mehr als zu Erzdämonen, die Ersäuferin. Naja, vielleicht hat sie die Menschen oder Wesen damals einfach getäuscht. Das machen die Erzdämonen ja so. Ja. Miese Viecher sind das. Nun, wir fanden ja, erinnert euch noch, unter dem Perlenmeer drei Stilen, die Effert, Karibis und eine nun ja dritte unbekannte Gottheit darstellten. Aber was der Text eigentlich aussagt, ist, die Echsen leben an Land, aber sie haben ihre Sprache, ihre Götter und ihre Zauberei nur von denjenigen übernommen, die Invariad geherrscht haben. Und das waren keine Echsen, sondern wer lebt unter Wasser? Mare. Korrekt. Aken. Korrekt. Im Rochen. Äh, auch. Das sind alles richtige Antworten, aber es war noch nicht das richtige dabei. Krakonia. Ja. 100 Punkte für Abelmir. Abelmir, du bist gleich gezogen. Krakonia. Dann beruht die Magie, die in heutiger Zeit gewirkt wird, auf dem ursprünglichen Wirken der Krakonia. Und auch der Mare, ja, ja. Naja, Abelmir, heißt das, die sind jetzt alle sehr gute Magier, wenn unsere Magie von denen kommt? Nun, ich vermute mal, genau wie wir, haben sie im Großteil vergessen. Kennt ihr das Spiel Stille Post? Raphim. Ich kenne so ein ähnliches Spiel. Raphim, kennt ihr das Spiel Stille Post? Hm, nicht so wirklich, Abelmir, erinnere mich doch kurz. Es geht darum, einen Text weiter zu sagen, ohne, dass die anderen das Spiel bekommen. Ihr flüstert jemand ins Ohr, und der gibt diesen Text weiter, und so weiter, und so fort. Ich weiß, was ihr meint, ich weiß, was ihr meint. Wie, wenn man militärische Befehle weitergibt. Deswegen muss man Befehle immer als Reim formulieren. Das ist sehr wichtig. Nun, der spielt vermutlich darauf an, dass dabei Informationen verloren gehen. Ja, deswegen der Reim, Abelmir, deswegen der Reim, damit die Leute sich das merken können. Stellt euch vor, was passieren würde, wenn man magisches Wissen verkürzt, dann wird sie irgendwann unwirksam oder hat andere Effekte. Also waren die Magier früher besser als die Magier heute. Da steht zwar ja. Ich denke, was uns dieser Text sagt, ist, dass die Götter ewig sind und sie wurden schon verehrt, bevor die Menschen eine Rolle gespielt haben. Und sie werden auch noch da sein, wenn die Menschen keine Rolle mehr spielen. Tatsächlich sehe ich hier die Implikation, dass das Wesen der Götter genauso wie das der Erzdemonen wandelbar zu sein scheint. Nichts, was wir nicht schon gewusst hätten. Ihr interpretiert da Sachen rein, die da gar nicht drin stehen. Nun, zwischen den Zahlen zu lesen ist ein wichtiges Talent, wenn man es in der Wissenschaft weiterbringen möchte. Also gut. Aber das ist die Essenz dieses Textes. Nun gehen wir davon aus, dass der Prinz von Lamaria ein Marx ist, dann verfügt ihr über sehr mächtige und alte Zauberei. Sollte man meinen. und wir können ihn nur kontern wenn wir das Wissen uns aneignen oder einen anderen marischen Zauberer finden, der seine Zauber kontern kann.